Ein herzliches Grüß Gott im Nürnberger Bauzentrum, der Ideenschmiede für Ihr Eigenheim. Allmächtig nah, wenn Sie sich denken, der schon wieder. Aber nichtsdestotrotz, mein Name ist Michael Uldrich, ich bin hier im Hause Leiter der Abteilung Interior Design und Prokurist der Schulters Projektentwicklung AG. Eine moderne Immobilie sollte heutzutage zukunftssicher und attraktiv sein. Die Herausforderung darin besteht, das Medium Unterhaltung langfristig zu sichern. Multimedia ist ein wichtiger Teil unseres Lebens geworden, ob Internet, Fernsehen, Radio, TV, LAN oder WLAN. Unabhängig davon bietet Homeway eine Multifunktionsdose, in der heute noch nichts festgelegt werden muss. Sie alleine entscheiden in Zukunft, welches Medium Sie aus der Dose beziehen möchten. Also die Homeway GmbH ist ein klassischer Hersteller von allen Netzwerkkomponenten und TV-Komponenten, die man für eine moderne Wohnung oder ein modernes Wohnhaus im Moment benötigt. Wir stellen alle unsere Komponenten in Deutschland her. Die Vorteile der Homeway-Verkabelung liegen in der Flexibilität, in der Modularität. Wir bauen einmal eine Dose ein, ein einziges Mal im Leben des Hauses. Wir müssen nicht nacharbeiten oder austauschen. Der Grundkörper wird einmal gesetzt durch ein Installationsunternehmen und dann kann der Eigentümer der Wohnung durch Steckmodule selber entscheiden, wie er eine Dose nutzt. Er kann ohne Schmutz zu verursachen, ohne technisches Wissen zu haben, kann er aus einer Fernsehdose eine Netzwerkdose machen, kann er aus einer Netzwerkdose einen WLAN-Accesspoint machen oder einfach das, was er jetzt benötigt. Also wir legen uns nicht fest mit unserer Technik. Und das ist der Vorteil, den Homeway gegen alle andere Komponenten hat. Wir sind nicht starr, wir sind modular. Wir können mit unseren Modulen einfach weiter wachsen. Es kommt in zehn Jahren eine neue Technik. Wir können unsere Module auf die neue Technik anpassen und müssen nicht die Rohinstallation, die Grundinstallation für den Kunden ändern. Informieren Sie sich hier im Nürnberger Bauzentrum über alle Vorteile, die Homeway gegenüber einer konventionellen Verkabelung zu bieten hat.